Stell dir vor, dein Lehrer stellt dir im Abitur folgende Aufgabe. Charakterisieren sie die wesentlichen Phasen der Industrialisierung in Deutschland bis 1914. Damit du glänzen kannst, wenn dir in der Prüfung so eine Frage gestellt wird, erklären wir dir in diesem Video die Phasen der industriellen Revolution in Deutschland. Die erste Phase der Industrialisierung in Deutschland wird meistens Vor- oder Frühindustrialisierung genannt und dauerte von etwa 1780 bis in die 1840er Jahre an. Zu dieser Zeit gab es in Deutschland noch eine vorindustrielle Wirtschaft, die vor allem durch handwerkliches Gewerbe und Landwirtschaft geprägt war. Es fand aber auch zunehmend ein Ausbruch aus diesen traditionellen Mustern statt. Ein gutes Beispiel dafür sind Agrarreformen, wie die Bauernbefreiung, also die Abschaffung der Leibeigenschaft. Vereinzelt entstanden auch schon Fabriken mit modernen Maschinen. Die Gründung des Deutschen Zollvereins 1834, durch den unter anderem die Binnenzölle abgeschafft wurden, kurbelte die Industrialisierung noch einmal stark an. Wenn ihr noch mehr über die Auslöser der industriellen Revolution sehen wollt, dann schaut euch doch unser Video dazu an. Die sogenannte Take-off-Phase, oft auch einfach Phase der industriellen Revolution genannt, begann in den 1840er Jahren und endete 1873. Es entstanden immer mehr Fabriken mit verbesserten Produktionsverfahren. Handarbeit wurde mehr und mehr durch Maschinen ersetzt, zum Beispiel durch die von James Watt patentierte Dampfmaschine. Die Industrieproduktion stieg massiv an, vor allem wegen der neuen Technik und der verbesserten Verfahren. Die Bedeutung der Eisenbahn als neues Verkehrsmittel wuchs rasant. Ein großes Schienennetz entstand und Waren konnten leicht und preiswert transportiert werden. Zur deutschen Schlüsselindustrie entwickelte sich die sogenannte Schwerindustrie, also die Bergbau-, Eisen- und Stahlindustrie. Das Ruhrgebiet mit seinen großen Eisen- und Kohlevorräten profitierte davon und entwickelte sich so zum wichtigsten Industriegebiet Deutschlands. Bei der Gründerkrise handelte es sich nicht unbedingt um eine eigene Phase, es ist allerdings ein sehr wichtiges Ereignis, von dem ihr mal gehört haben solltet. Die Gründerkrise, auch Gründerkrach genannt, fand 1873 statt. Zuvor hatte es einen großen Wirtschaftsboom gegeben. Neue Fabriken wurden gegründet, weshalb die Zeit auch Gründerzeit genannt wird und viele Menschen gingen ein hohes wirtschaftliches Risiko bei ihren Spekulationen ein. 1873 brachen dann allerdings die Finanzmärkte zusammen und die Spekulationsblase platzte. Infolgedessen mussten viele Fabriken schließen oder ihren Arbeitern die Löhne kürzen. Auch wenn der Gründerkrach negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte, konnte er die Industrialisierung langfristig nicht aufhalten. 1873, das Jahr der Gründerkrise, wird nämlich auch als Anfangspunkt der Phase der Hochindustrialisierung datiert. Diese dauerte dann bis 1914, also bis zum Ersten Weltkrieg. Während der Hochindustrialisierung wurde Deutschland endgültig zum Industriestaat. War die Phase des Take-offs noch von den Schwerindustrien geprägt, so wurden jetzt vor allem neue und moderne Sektoren zu Schlüsselindustrien, vor allem die Chemie- und Elektroindustrie. So fand beispielsweise 1876 die Markteinführung des vom Deutschen, Nikolaus Otto erfundenen Verbrennungsmotors statt, den man heute unter dem Namen Otto-Motor kennt. Die Produktionsleistung stieg nochmals sprunghaft an und die Wirtschaft boomte. Deutschland entwickelte sich zu einer der stärksten Industriemächte Europas. Diese Entwicklung fand allerdings im Ersten Weltkrieg, der 1914 ausbrach, ein jähes Ende. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen.